Gleich ist 17 Uhr, da sind wir wieder mit Taf am Start und da haben wir diese Themen für Sie. Die neuesten Trends, sehr gespannt sind wir da drauf. Da sind wir sehr gespannt drauf. 17 Uhr bei uns. Bis gleich. Wir starten heute mit dem Ort, an dem Promis ein neues Leben beginnen wollen. Das hier ist nämlich die bekannteste Entzugsklinik der USA. Ja, gerade erst hat Schauspieler Kevin Spacey dort eingecheckt. Und uns interessiert natürlich, was passiert da hinter geschlossenen Türen und warum suchen so viele Superstars genau dort Hilfe. Ja, man merkt schon, Promi sein ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Eine echt coole Aktion hat jetzt Sängerin Sia gebracht. Die hat nämlich dieses Foto, was jetzt hier gleich erscheint, auf Twitter von sich gepostet. Ja, und was dahinter steckt und warum sie dafür, für dieses Foto sogar noch gefeiert wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bei uns weiter diese Themen haben wir gleich für Sie. So, und wir haben jetzt noch unser Sondergewinnspiel für Sie. Wir füllen nämlich Ihr Konto auf, und zwar mit 2500 Euro Extragehalt Monat. Es gibt sogar noch steuerfrei, und das war noch nicht das Einzige, was Sie in dieser Woche gewinnen können. Sie können nämlich auch noch ein iPhone X geben. 07, das Kennwort lautet Extra, oder Sie schicken SMS an 3x4, 3x1 auch mit Extra. Und wenn Sie sagen, das Ganze kann ich doch nicht glauben, dann gibt es das gerne nochmal schwarz auf weiß, und zwar im Internet auf www.extragehalt.tv. Und da finden Sie dann auch alle Gewinner. Und wir sagen jetzt noch viel Glück. Ganz, ganz, ganz viel Glück. Bis gleich. Bis gleich. Werbung. Da sind wir wieder zurück bei Tuff mit dem Event des Jahres für jeden steinreichen Russen, der so ein bisschen was auf sich hält und in London lebt, nämlich der Ruski-Ball. Ja, was es da braucht, um da dazuzugehören und wie viel Kohle man erstmal auf den Tisch blättern muss, das haben jetzt 44 Nachwuchsanwärter selbst erlebt. Malerin versucht. Und surprise, surprise, alle reißen sich um das Werk. Wer jetzt 10.000 Euro dafür gezahlt hat, und wie das Ganze überhaupt aussieht, hier ist der Tuff-Klatsch. So, und bei uns gibt es jetzt wieder das fette Sonder-Gewinnspiel. Wir haben uns nämlich zur Aufgabe gemacht, Ihr Konto ein bisschen aufzufüllen, nämlich mit monatlichen 2500 Euro, und das für die nächsten 10 noch mit raus. Ja, und die Nummer zum Glück ist 01379 44 44 07. Kennwort lautet extra, nichts falsch machen. Oder Sie schicken SMS mit extra an 3x4, 3x1. So, und Sie wollen natürlich wissen, wo erfahre ich denn, ob ich gewonnen habe. Das können Sie im Internet machen, und zwar auf www.extragehalt.tv. Und wenn Sie uns nicht glauben, da können Sie auch nochmal alles nachlesen. Viel Glück und bis gleich. Wir drücken die Daumen. Bis gleich.